Guten Morgen zusammen, heute ist Tag 15 meines Roadtrips und es ist wieder Scheißwetter in Neuseeland. Ja, es regnet immer mal wieder. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Haas und habe jetzt bei den Blue Pools angehalten, hinter Makaroa oder so. Zufällig, wenn ich dachte, was ist der Tag, mach das doch mal. 30 Minuten Walk und dann schaue ich mir das Ganze mal an. Ich hoffe, das lohnt sich auch wenigstens. Ja, ansonsten Nachtgut überstanden. Leider kann ich euch keine Mondbilder zeigen, weil es war kein Mond zu sehen. Und es war nur dunkel und dann brauche ich keine Fotos machen. Ja, so ich mache mich jetzt auf den Weg. 30 Minuten und sonst gelascht, weil die Blue Pools nicht so blue waren, wie die auf den Fotos aussahen, weil es auch ein bisschen geregnet hat. Und deswegen ist es nicht so crystal clear. Aber hey, bin gelaufen. Ja, dann sehen wir uns später wieder. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020